Der Helikopter kommt frühestens in einer halben Stunde, Captain Price. Nicht gut, dann sind wir schon 10 Minuten tot. Jeder Ultranationalisten-Psycho in Zakajews Tasche wird hier auftauchen, um Al-Assad zu holen. Oder das, was von ihm übrig ist. Genau, wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Hügel. Und weitere entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farben. Noch Fragen? Legen wir los. Lassen Sie die Waffen fallen und ergäben Sie sich. Wenn Sie aufgeben, dann gehen Sie auf. Ignoriert diese Saftsäcke. Ihr Gegenangriff geht unmittelbar bevor. Ausschwärmen und in den südlichen Bereich schützen. Sie kommen jetzt langsam den Gartenaufsagen. Sagen Sie mal. Es gibt keinen Ausweg. Wachen Sie es sich leicht und geben Sie auf. Yes. Bravo. Voller Schuss, Compe. Fabian. Ziel eliminiert. Ziel erledigt. Sie vernebeln die Sicht. Max, kannst du etwas sehen? Sie können nach Westen gehen. Wir nehmen unsere Position im Mörseres Visier. Zurückziehen. Okay, Soap. An die Minigun und die westliche Flanke sichern. Los. Zwei. Alle zurück. Drei. In Bewegung. Vier, drei. Zwei ist im entfernten östlichen Gebäude. Die östliche Straße ist gesperrt. Soap. Halten Sie die Minigun bei Laune. In Schübenfeuern. Ziel eliminiert. Auf Wiedersehen. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier ein Problem. Soap. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier ein Problem. Soap, zurück zur Taverne und an die Sünder. Der Rest von uns beschäftigt sich von der nächsten Defensivlinie. Na los. Soap, wir ziehen uns zur nächsten Linie zurück. Na los, Bewegung. Sonst bleibt ihr zurück. Soap, die Sünder. Vier davon sind in der Taverne. Bewegung. Auf dem Norden nähern Sie schweinliche Panzer. Verdammte Scheiße, ich bin getroffen. Ah! Meckadärger, sop, rüber zu der Scheune am nördlichen Ende des Dorfes und die Panzer stoppen. Da ist eine Javelin in der Scheune. Soap, die Javelin ist in der Scheune. So, Sir. Soap, nicht die Sünder. Soap, nicht die Zepση. Soap, wir sind ... worship ... Soap, Stern … sop, Leipven natürlich ... Keim, computation ... Das war's für heute. Bravo 6, hier Gryphon 27. Wir sind eben in den aserbaidschanischen Luftraum reingedrungen. Ankunft in vier Minuten. Bereit machen zur Aufnahme. Bravo 6, die Landezone ist zu heiß. Wir können da nicht landen. Wiederhole, können nicht am Bauernhof landen. Hier sind überall Raketenstellungen. Ja, sensationell. Und wo werden die dann landen? Bravo 6, wir haben die Reiche-Rodarsignale. Wir versuchen näher am Fußtritt zu landen, um nicht erfasst zu werden. Spinner! Wir haben uns den Arsch aufgerissen, um zur Landezone zu kommen. Und jetzt sollen wir den ganzen Weg zurück? Da geht es, Gäste. Wir müssen zur neuen Landezone am Fußtritt zu landen. Jetzt! So, los! Los! Bravo 6, wir kommen ganz niedrig vom Süden über den Flussrhein. Begebt euch Brot und zur Landezone. Fuxtrott am Fuß des Hügels. Ende. Brot, bereit für Luftschlag. Verstanden, 2-7. Eine Brot zur Landezone. Das ist unsere letzte Schafe. Bewegung! Ziel bestätigt. Bereit für Luftschlag. Roger, bereit für Luftschlag. Roger, werden umgefahren. Haube 6, wir sind gleich da. Haben aber noch Sprit. Ihr habt vielleicht 3 Minuten, bis wir abdrehen. Mit oder ohne euch, Jungs. Over. Sie lassen uns hier zurück. Wir müssen sofort zur Landezone. Leute, bereit für Luftschlag. Ziel bestätigt. Bereit für Luftschlag. Leute, bereit für Luftschlag. Werter, bereit für Luftschlag. Los geht's, los geht's! Los geht's, los geht's!